Die Frings Building Solutions ist eine Unternehmens-Tochter der Frings Systemhausgruppe. Wir sind seit 25 Jahren Experten für die Fachbereiche Gebäude, Netzwerk und Rechenzentrumstechnik. Die Mitarbeiterzahl der gesamten Unternehmensgruppe beläuft sich auf 160 Kolleginnen und Kollegen. Zehn davon sind Auszubildende. In 2018 werden weitere zehn Auszubildende das Team verstärken, fünf davon in der Frings Building. Die duale Ausbildung einzigartig in Deutschland eröffnet den jungen Menschen vielfältige Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten. Ich bin bei der Firma Frings und mein Ausbildungsberuf ist Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Meine Aufgaben bestehen darin, elektrische Anlagen zu warten, zu installieren, diverse Leitungen zu verlegen, Steckdosen oder Datendosen zu montieren. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs. Wir verlegen Datenleitungen, Stromleitungen, Brandmeldeleitungen und kümmern uns um alles rund ums Thema Elektrotechnik. Unser Arbeitsalltag sieht so aus, dass wir in die Firma kommen, gegebenenfalls für die Baustelle Material sammeln, uns mit dem Projektleiter absprechen, was zu tun ist, was gegebenenfalls noch gemacht werden muss und dann fahren wir zusammen auf die Baustelle. Gerade in diesem Ausbildungsberuf sollte man nicht vor Lärm und körperliche Arbeit zurückscheuen. Man sollte kein Problem damit haben, sich dreckig zu machen. Dann macht der Beruf Elektrotechnik sehr viel Spaß. Man sieht viel, man kommt in viele Einrichtungen, wo man sonst nicht reinkommt. Man sieht ganz viele verschiedene elektronische Installationen und darf diese auch warten. Aktuell ist mein Plan, nach der Ausbildung den Meister zu machen, eventuell danach auch noch Elektrotechnik zu studieren. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, um sich in diesem Beruf noch weiterzubilden. Die Ausbildung bietet mir sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem den Meister oder den Techniker. Es ist schön, dass unser Beruf so facettenreich ist. Also das kann ich wirklich bestätigen. Das Klima untereinander ist sehr, sehr gut. Wenn du dich bei uns vorstellen möchtest, dann zählt hinter der Bewerbungsmappe vor allem deine Persönlichkeit. Der Mensch, der sich hinter der Bewerbungsmappe verbirgt. Ausbildungspaten begleiten deine gesamte Ausbildungszeit. Und natürlich ist das Ziel die Übernahme ins Team. Herzlich willkommen bei der Frings Building Solutions.